ARD Text im Auftrag von Funk 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 So eine Kacke, ich bin auf dem Klo eingepennt Sophia will, dass ich jetzt immer einen Anzug trage und ich verdiene mir ein paar Bier dazu mit meiner ganzen Unterwäsche, die ich dann im Internet verscherbe Übrigens, übrigens getragen, könnt ihr unter filmmonopol.de bestellen Ah, ihr schon wieder? Willkommen auf Wigbärts Klo! Übrigens, da habe ich was, was ich euch unbedingt zeigen muss, hier, meine Erfindung, nicht das, wofür ihr es haltet, zwei Scheiben Toast, nein, das ist ein echter Wigbärts Klo, wenn ihr eine CD habt, rein in den Wigbärts Klo, wenn ihr eine DVD habt, rein in den Wigbärts Klo, wenn ihr eine Scheibe Salami habt oder einen ganzen Camembert, rein in den Wigbärts Klo. Die großen CDs stehen so ein bisschen über, macht aber nichts. Übrigens, ich habe euch hier heute den ganzen Film nochmal in einem Spezial-Sound, und zwar in meinem Spezial-Klo-Sound abgemischt, könnt ihr hier euch reinziehen, und zwar im Original Wigbärts Klo! Oh, no! Hahaha!